Mir war es schon immer komisch erschienen zu beobachten, dass die sich da bewegten, auf merkwürdige Weise verrenkten, offenbar um das Bewegen selber willen. Und dass sie dann Sport oder Sport nannten, man hätte vielleicht besser sagen sollen, SPQR, Senatus Populisque, Romanus Athletisierungen. Aber man hatte den militärischen Exerzitien- und Übungsaspekt nicht verheimlicht, bestellte Helden Muskelprotze daraus zu machen. Das war zu viel des Guten. Dass nur denen gezeigt werden sollten, die das aus Erfahrung dann schon selber machten und die anderen konnten sowieso einem gestohlen bleiben für deren Zwecke.